Kripa-Flüsterer. Ja, den ab. Also die Zuschauer können uns ruhig ein bisschen Beifall für mich geben. Also das wäre jetzt echt angebracht. Es ist jetzt nie so, dass ich mich jetzt feiern lassen will oder so. Aber das wäre jetzt... Nee, wollte ich ja niemals tun. Das wäre jetzt echt angebracht. Kacke. Oh, ich habe heute, heute, äh, Wetterberüchte gesehen? Nein. Doch, und da habe ich, habe ich das Regensymbol mit Schneesymbol vertauscht. Äh, ja. Da habe ich mich schon gewundert, warum jetzt schon Amphen zu schneiden. Ja, wir sagen jetzt lieber nie, in welcher Jahreszeit wir uns aktuell befinden. Nein, wir sind kurz vorm Herbst. Kurz davor, ja. Naja, wir sind schon im Herbst. Stimmt, seit drei Tagen. Seit Samstag, ja. Ja. Ne, darum habe ich mich gewundert, warum es jetzt schon anfängt zu schneiden. Aber, habe ich dann doch gemerkt, dass es doch bloß reden sein soll. Ist hier noch irgendwas? Ja. Ich mache hier mal die ganzen Löcher zu. Jetzt habe ich eine Idee. Super schön. Ich will es. Das freut mich. Wenn das hinhaut, du, dann ist es gut. Dann ist das gut, ja. Ja. Sehr selten. Aber ich... Aber ich glaube nie, dass ich das packe. Was willst du machen? Solarplatten aufs Dach. Genau. Ja. Erzähl mal, was ist denn, wenn man Solarplatten mit aufs Dach nimmt, hm? Ja, ich bin mir aber inzwischen unsicher, weil man... Einen anderen, der jetzt mal was erzählt hatte, dass man das doch mal... Dass man das doch löschen kann. Ja, vielleicht mit Schaum. Das ist natürlich super, wenn ich jetzt die Erde hier hin tue und du machst die wieder weg. Mach ich mit Absicht hier weg. Ähm... Ja. Hier muss er überall weg, ne? Warum? Da kommt was hin. Was soll ich denn machen? Hier kommt was hin. Das kann ich dir... Das durf ich dir nie sagen, weil sonst wären ja... Sonst wüssten es ja unsere Zuschauer gleich. Ach so. Ach so, und hier... Äh... Facility Manager. Facility, ja. Facility, ja. Das sind ja... Das sind ja doch die Hausmeister. Eigentlich schon. Das sind Putzfrauen. Naja. Oder Reinigungsfachkräfte. Auch. Ich hab Kohle gefunden. Ach nee. Nur ich. Nein. Oh, ich hab Eisen gefunden. Geh weg. Gut. Kohle. Ja genau, mit deiner Goldrüstung. Ja genau, mit deiner Goldrüstung. Oh, das ist ja auch richtig viel. Hier will ich einfach... Ey, du durfst mich aber jetzt nie einbauen. Hachschee. Bloß, dass hier unten spawnt, ja. Und tu hier wenigstens noch ein bisschen mit Kobbel auskoppeln. Jetzt hab ich noch keine Erde mehr. Ich hab noch zwei. Schön. Da ist das wieder zu. Nehmen wir halt hier welche. Nee, du kannst hier nicht einfach irgendwo Erde klauen. Doch, aber ich mach's, dass es natürlich aussieht. Du hast in deiner Ladekuh vielleicht noch Erde? Nee. Ich weiß nicht mehr, aber du hattest. Ich hatte mal welche, ja. Und ich weiß auch genau, wer das klaut. Ich weiß es nicht. Na, du nie. Ja, eben. Ich weiß ja nicht, mit wem du dir noch sonst so rumzotzt. Hm. Willst du das jetzt hier drumherum machen, oder willst du jetzt hier rummachen? Ich brauch hier noch eine Schicht. Erde. Ja. Ja, lass mich da machen. Genau, in der Zeit, äh, hole ich's. Ja. Was, da holst du? Da baut er mich ein? Ey, ich muss hier raus. Hast du grad selber gesagt, ich soll hier eine Schicht lang bauen? Ja, ja, ja. Bla, bla. Hä? So. Aber mehr kann ich nicht machen. Dann nimm Stein. Wo ist es denn? Ich nehm jetzt hier den Stein. Was willst du denn machen? Willst Wasser hier rin? Ich kann nicht machen. Oh. Willst du dir viel Wasser hier rin machen, oder was? Ja, komm. Und du auch. Und ihr alle auch. Ja. Jawoll. Oh. Äh. Ich muss los. Du weißt meistens, wenn man so Tiere sammelt, oder so, kommt irgendwie Kui, oder so. Na, komm. Du auch. Na, du auch. Ja. Ihr werdet alle ein hässliches Leben haben. Ey. Hier ist eine Kuh abhandengekommen. Hallo. Mitkommen. Kuh. 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 Ja. Mitkommen. Hab euch. Mitkommen. Hier lang. Yep. Oh. Äh. Äh. Ja. Mhm. Ja. Das reicht. Mitkommen. Fährt auf dem Weg. Ich rede mit meiner Armee, die ich mitbringe. Mit deinem Pion. Ja. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nie, wo ich bin. Scheiße. Bin ich? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh. Ich weiß auch nie, wo ich bin. Scheiße. Oh oh. Hier? Nee. Ich glaube, hier bin ich falsch. Oh oh. Ach, das ist doch kacke. Ich hab mich verlaufen. Tja. Ja, das ist nie so gut. Nicht ganz so gut, ne? Das ist nie ganz so gut, ne? So. Das Haus, dein Haus sieht ein bisschen komisch aus, als du gesagt. Ja, ich wäre schön, wenn ich es wiederfinden würde. Ach, hier ist es. Haha. Toll, jetzt habe ich wieder wenig. Soll ich irgendwie eine Feuerding machen, damit du siehst? Nee. Äh. Ich hab eine Kuh verloren. Oh mein Gott, du hast das Haus wiedergefunden. Hm. Aber ich hab eine Kuh verloren. Dann geh zurück und hol die Kuh zurück. Mach ich auch. Ich versuche mir zu merken, wo ich bin. Oh Gott, es wird auch noch dunkel. Da hinten ist eine Kuh. Aber hier geh ich nie lang. Nee. Ach du Kacke. So, wo hab ich jetzt die Tiere gelassen? Hier ist die Kuh. Hier ist ein Schaf. Und da ist noch ein Schaf. Kommt einfach mit. Muss ich morgen nochmal eine Kuh holen. So. Seid ihr auf dem Weg? Alle? Natürlich. Kuh? Hallo, bist du dumm? Nö. Die Kuh bleibt stehen? Es wird dunkel, Kuh. Ja, du solltest vielleicht dann zum Magen kommen. Bin ich. Oh, ist das süß. Kommt hier mal rein. Ja, das ist ja super. Hier können sie ja überhaupt nie fliehen. So. Zufrieden? Oh, ist das ein, äh, artgerechter Bunker. Ah, die Kuh müssen wir morgen holen. Hätte ich mich jetzt nie verlofen? Ich hatte, glaube ich, zwei Kühe und drei Schafe. So, geh schlafen. Mach das. Diese Begeisterung so. Hm. Geh schlafen. So, mach das. Ich müsste aber mal Kühe schlachten. Ja, ich würde erst mal welche haben wollen. Dann können wir gerne welche schlachten. Willst du mein Vorhaben? Verstehst du? Ja, aber das Schlachten werden mal fast wichtiger. Nee, ich will wenigstens zwei Kühe haben. Der Rest ist mir dann egal. Kann man noch Creeper? Nee, kann man nie. Hier ist die Ene-Kuh. Creeper schlachten? So, komm mal mit, Kuh. Bitte. Ja, Emma. Alles gut. Komm. Immer hier lang. Ja, komm. Och nein. Verpiss dich. Kuh. 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 Spinnst du? Versuch, die Schafe mal einen Zaum zu halten. Die Kuh will nie. Ja, toll. Das hast du gut gemacht. Oh, bist du süß. Denkst du, die Kuh will hier rein? Du kannst einfach nicht mit Tieren umgehen. Schau mal, deine Schafe hauen ab. So schön, dass du jetzt mal wieder mit mir sprichst, hier. Ich hab, hä? Na, weil ich jetzt gerade beschäftigt war. Du Schafe. Ja. Du kannst einfach nicht mit Tieren umgehen. Tja. Ja. Achso, ich hab nicht mehr. Ich hab ne Kuh gefunden. Achso, die müsste durchs Wasser und Kühe können nicht schwimmen. Können Kühe schwimmen? Also in Realität nie. Doch. In Realität, äh, sterben sie. Weil sie untergehen. Weil sie keinen Schließmuskel hinten haben. Da saugen sie sich mit Wasser voll. Das ist natürlich blöd, ne? Ja. Das ist natürlich ärgerlich für ne Kuh. Hier sind ja auch ganz viele Schafe, aber... Mehr Schafe brauche ich nie. Hm. Ich brauche ne Kuh. Ach, hier ist ja eine. Ja, die Kuh. Ich hab ja eine. Nimm ich die hier. Mir folgen sie wenigstens. Na, weil mir kommen diese zwei Schafe in die Quere. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Hier. Noch. So, für den Rest bist du zuständig. Ihr seid so blöd. So. Ach, ist schon ne Kuh entstanden. Na toll. Ich muss jetzt mal was jetzt machen. Wie macht man hier, hast du schon ne, so ne Harker hier? Habe ich nicht, ne. Wie macht man die? Äh, fast wie ne Spitzhacke, bloß eins weniger rechts oder links.